Klaus Kinski war ein deutscher Schauspieler und Regisseur. Er ist der Vater von Pola, Nastasja und Nikolai Kinski. Er war auf die Darstellung psychopathischer und getriebener Figuren spezialisiert und zählte in diesem Rollenfach auch international zu den gefragtesten Filmschauspielern. Als künstlerisch herausragend gilt seine jahrelange Zusammenarbeit mit dem deutschen Regisseur Werner Herzog, der ihn in Filmen wie Nosferatu, Phantom der Nacht, Agire, Der Zorn Gottes und Fitzka Aldo engagierte. International bekannt war Klaus Kinski zuvor durch Rollen in Edgar Wallace Filmen und Italo-Western geworden. Kinski galt als schwierige und zu extremen Gefühls- und Wutausbrüchen neigende Persönlichkeit. Leben und Karriere Kindheit, Jugend und Karriere Beginn der Sohn des Apothekers Bruno Nakschinski und dessen Frau, der Krankenschwester Susanne Nakschinska, Geb. Lutze, hatte drei ältere Geschwister, Inge, Arne und Hans-Joachim. 1930 zog die Familie nach Berlin und bezog eine Wohnung in der Wartburgstraße 3 in Berlin-Schöneberg. Nach eigenen Aussagen musste sich Kinski während der Schulzeit Geld zum Unterhalt selbst verdienen. Dass er, wie er behauptete, Schuhputzer, Laufjunge und Leichenwäscher gewesen sei, ist nicht weiter belegt. Kinskis Behauptungen, die Familie sei arm gewesen, widersprechen seine älteren Brüder. Die Familie sei, gutbürgerlich, gewesen und Klaus, besonders umhegt. Im Zweiten Weltkrieg wurde er 1944 zu einer Fallschirmjägereinheit der Wehrmacht eingezogen und geriet an der Westfront in den Niederlanden in britische Kriegsgefangenschaft. Die genauen Umstände seiner Gefangennahme sind nicht endgültig geklärt, doch geschah dies wahrscheinlich am 14. November 1944 bei Helmond durch die 2. britische Armee. Nach eigenen Angaben sei er Ende Oktober 1944 desertiert, jedoch gefasst und wegen Fahnenflucht zum Tode verurteilt worden. Nachdem er dem Soldaten, der zu seiner Bewachung abgestellt worden war und der sich als homosexuell herausstellte, Analverkehr angeboten habe, habe er ihn bewusstlos geschlagen und erneut fliehen können. Er habe sich unbewaffnet in einem Erdloch versteckt, wo er von britischen oder kanadischen Soldaten zunächst schwer verwundet und anschließend gefangen genommen worden sei. Mit zwei glatten Durchschüssen an Schulter und Arm habe er anschließend 14 Wochen in einem Lazarett verbracht. Im Februar oder März 1945 wurde Kinski aus einem Lager in Deutschland in das Kriegsgefangenenlager, Camp 186, in Beretschurch Hall bei Colchester in Essex gebracht. Hier spielte er am 11. Oktober 1945 in der Groteske, Pech und Schwefel, seine erste Theaterrolle auf der provisorischen Lagerbühne, die vom Schauspieler und Regisseur Hans Bühl geleitet wurde. In den folgenden Aufführungen spielte er regelmäßig Frauenrollen. Nachdem er im Anschluss an eine Theaterprobe einen anderen Schauspieler geschlagen hatte, musste er die Gruppe verlassen und wechselte zu einer Kabarettgruppe im Lager. Im Frühjahr 1946 gehörte er zu den letzten Gefangenen, die aus dem Lager zurück nach Deutschland geschickt wurden. Nach eigener Darstellung habe er zunächst mit einer 16-jährigen Prostituierten, die er im Zug kennengelernt habe, sechs, wilde, Wochen in Heidelberg verbracht, habe diese aber verlassen und danach an Theatern in Tübingen und Baden-Baden gearbeitet, wo er auch vom Tod seiner Mutter durch einen Luftangriff in Berlin erfahren habe. Im Herbst habe er sich illegal nach Berlin begeben. Ab 1946 wirkte Kinski, obwohl er nicht klassisch ausgebildet war, als Schauspieler an prominenten Berliner Bühnen, zunächst an dem von Boleslav Barluck geleiteten Schlossparktheater. Als er einmal vor Wut die Scheiben des Theaters einschlug, wurde er von Barluck entlassen. Arbeitslos geworden, besuchte Kinski kurz die Schauspielschule von Marlies Ludwig, wo er unter anderem mit Harald Junkes Szenen aus William Shakespeare's Romeo und Julia einstudierte. Privat unterhielt Kinski auch Beziehungen zu Berliner Halbweltkreisen. Vorübergehend wohnte er bei dem Regisseur, Maler und Bühnenbildner Eduard Matzig in der Berliner Künstlerkolonie am Laubenheimer Platz. Seine erste Filmrolle erhielt er in Morituri, gedreht zwischen September 1947 und Januar 1948. Produzent war Arthur Brauner, Regisseur Eugen York. Morituri erzählt von geflohenen KZ-Insassen, die sich vor den Deutschen verstecken. Der Film war umstritten, es gab Drohbriefe, und ein Hamburger Kino wurde zerstört. Kinski befand sich im Jahr 1950 drei Tage lang in psychiatrischer Behandlung in der Berliner Karl-Bohr-Höfer-Nervenklinik, nachdem er eine ihm bekannte Ärztin belästigt und täglich angegriffen und einen Suizidversuch mit Medikamenten unternommen hatte. Dies wurde 2008 durch die datenschutzrechtlich umstrittene Veröffentlichung einer in jenem Jahr gefundenen Akte bekannt. Die Witwe von Klaus Kinski, Minoy Loanig, erstattete nach der Veröffentlichung Strafanzeige gegen das Landesarchiv Berlin, den Gesundheitskonzern Vivantes und, alle weiteren in Betracht kommenden Personen. Kinski wohnte in der Elisabethstraße in München in einer Pension, in der auch der damals noch jugendliche Werner Herzog, der später als Regisseur eine enge künstlerische Verbindung mit Kinski einging, ein Zimmer bewohnte. Herzog beschrieb Kinski als bereits zu dieser Zeit mit exzentrischen Allüren auffallend. Ab 1952 wurde Kinski einem stetig wachsenden Publikum als »Einmannwanderbühne« in Berlin, München und Wien bekannt. Er rezitierte auf kleinen Bühnen und um 1960 im Berliner Sportpalast, einem großen Haus, Arthur Rimbaud, François Villon, Friedrich Nietzsche, Kurt Tucholsky und das Neue Testament. Darüber hinaus kam er mit Größen wie Berthold Brecht und dem Theaterregisseur Fritz Kortner in Kontakt. 1955 verursachte Kinski einen Autounfall, zudem ereignete sich ein Bootsunfall auf dem Starnberger See. Gerichtsverfahren und Strafen schlossen sich an, die finanziellen Folgen belasteten den Schauspieler jahrelang. Im Sommer 1955 drehte Kinski mit Kortner in Wien den Film um Thron und Liebe. Seine Partnerin war die österreichische Schauspielerin Erika Remberg. Sie verliebten sich während der Dreharbeiten und wurden vorübergehend ein Paar. Zu einem in der Presse viel beachteten Skandal kam es, als Kinski und Remberg einander vor einem Münchner Freibad küssten. Seine Karriere erlitt in dieser Zeit einen Knick, und er unternahm zwei Suizidversuche. Kinski's Rezitationen, beispielsweise aus Werken von Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller und Brecht, wurden auf über 25 Sprechplatten eingespielt. Spätestens durch die deutschen Edgar-Wallace-Verfilmungen wurde Kinski dem Kinopublikum und damit der breiten Öffentlichkeit bekannt. Die Aufmerksamkeit des internationalen Publikums erregte vor allem seine eindrucksvoll gespielte Nebenrolle in David Lien's Dr. Zhivago. Am 20. November 1971 versuchte sich Kinski als Jesus-Rezitator mit einem skandalträchtigen Auftritt in der Berliner Deutschlandhalle mit dem Titel Jesus Christus Erlöser. Nach Zwischenrufen von Zuschauern und einem harten Wortgefecht kam es zu einem frühen Abbruch der Veranstaltung und der geplanten Tournee. Werke Kinski agierte in Filmen wie Wojciech, Fitzka Aldo, Für ein paar Dollar mehr, Dr. Zhivago, Nosferatu, Phantom der Nacht, Leichen pflastern seinen Weg, in 16 Edgar-Wallace-Filmen und gemeinsam mit Romy Schneider in Nachtblende. 1979 erhielt er das Filmband in Gold als bester deutscher Schauspieler, erschien jedoch nicht zur Preisverleihung. Der Film Fitzka Aldo wurde für den Golden Globe nominiert. Kinski wirkte auch in mehreren Hollywood-Spielfilmen mit, unter anderem spielte er mit Jack Lemmon und Walter Matthau im letzten Billy Wilder Film Buddy Buddy. In Little Drama Girl spielte er neben Diane Keaton die Hauptrolle. In dem US-Fernsehfilm The Beauty and the Beast war er Hauptfigur neben Susan Serendon und Angelica Huston. Kinskys Schallplatten verkauften sich weltweit mehrere Millionen Mal. 1983 trat er unter anderem in der Talkshow von David Letterman auf und erschien 1985 im US-amerikanischen Playboy mit einer Titelgeschichte. Das Filmmagazin American Film titelte im Jahr 1982, Ist Kinski der größte Schauspieler der Welt? Sein Buch Kinski Uncut wurde in den USA ein Bestseller. Mitte der 1980er Jahre drehte er die Actionfilme Codename, Wildgänse und Kommando Leopard mit Louis Collins in der Hauptrolle. Die beiden Schauspieler kamen jedoch nicht miteinander aus, sodass im zweiten Film keine einzige Szene mit beiden zusammengedreht wurde. 1989 stellte er mit Kinski Paganini sein letztes Filmwerk fertig. Nachdem er den Stoff über Jahre hinweg vergeblich Produzenten und Regisseuren angetragen hatte, übernahm er schließlich Regie, Drehbuch, Schnitt und Hauptrolle selbst. Werner Herzog hatte zuvor seiner eigenen Aussage nach ebenfalls ein Angebot erhalten und abgelehnt, da das Drehbuch, unverfilmbar, sei. Nach vereinzelten Aufführungen in Europa anlässlich des Todes Kinskys kam der Film in den späten 1990er Jahren doch noch in die Kinos. Als Synchronsprecher lieh Kinski seine Stimme unter anderem Pavel Kadutschnikow in Sergej Eisensteins, Ivan der Schreckliche und Sabu in die Schwarze Narzisse. Privatleben Kinski war dreimal verheiratet. 1951 lernte er Gislinde Kübek auf dem Schwabinger Fasching in München kennen. Nach der Geburt der gemeinsamen Tochter Pola heirateten die beiden 1952. Die Ehe wurde 1955 geschieden. Von 1955 bis 1960 lebte er in Wien. Danach siedelte Kinski nach Berlin über und traf dort die 20-jährige Brigitte Ruth Totzki, die in dem Jazzlokal Ayershaler auftrat. Sie heirateten 1960. Aus dieser Ehe, die 1969 geschieden wurde, ging die Tochter Nastasja Kinski hervor. Von 1964 bis 1975 lebte Kinski in Rom. Auf einer Party in seiner Villa an der Via Appia lernte er 1969 die 19-jährige vietnamesische Sprachstudentin Minhoi Genevieve Loane kennen, die er 1971 heiratete. Von 1975 bis 1980 lebte er in Paris. Am 30. Juli 1976 kam der Sohn Nanheu Nikolai zur Welt. Im Februar 1979 ließen sich Klaus und Minhoi Kinski scheiden. Ende 1980 zog er nach Los Angeles in den Stadtteil Bel-Air. Im Frühjahr 1981 kaufte er ein Grundstück in Lagunitas Forest-Knolz, Marine County, und ließ dort ein Haus errichten, in das er einzog. Ab 1987 führte Kinski eine Beziehung mit der zu diesem Zeitpunkt 19-jährigen italienischen Schauspielerin Deborah Caprioglio, die Verbindung hielt bis 1989. Persönlichkeit Kinski hatte ein sehr wechselhaftes Temperament, das von liebenswürdiger Sanftheit bis zu fürchterlichen Zornesausbrüchen mit wüstenöffentlichen Beschimpfungen reichte. Für ihn wurde oft der Begriff Enfant terrible verwendet. Seine Reifejahre waren von hypochondrischen Befürchtungen geprägt. Zugleich litt er tatsächlich an gesundheitlichen Problemen. Bei den Dreharbeiten zu Cobra Verde brach er einmal zusammen, später in Südamerika konnte er mehrere Tage lang nicht drehen. In dem Dokumentarfilm Mein Liebster Feind schildert der Regisseur Werner Herzog das Verhältnis zwischen sich und Kinski, mit dem er in seiner Jugend kurze Zeit in derselben Pension gelebt hatte. Herzog berichtet, dass er einerseits von Kinski verachtet und bei Dreharbeiten oft gedemütigt und wüst beschimpft wurde. Andererseits habe sich in ihrem Verhältnis eine kreative und künstlerische Kraft entwickelt, die sich auf ihre gemeinsamen Filme agiere, der Zorn Gottes, Nosferatu, Phantom der Nacht, Wojcek, Fitzka-Aldo und Cobra Verde übertrug. Herzog beschreibt Kinski auch als außerordentlich fleißigen Schauspieler, der seine Rollen tagelang einstudierte, allerdings auch Wutanfälle entwickelte, insbesondere dann, wenn er den Eindruck hatte, nicht genügend Aufmerksamkeit zu bekommen. In ruhigen Momenten habe Kinski seine harschen Ausbrüche und Skandale als hilflose Versuche beschrieben, Aufmerksamkeit zu erregen. Besonders heftig verliefen die Auseinandersetzungen zwischen Herzog und Kinski während der Dreharbeiten zu Cobra Verde. Kinski verlangte die Absetzung des Kameramanns Thomas Mauch. Herzog gab nach und ließ einen tschechischen Kameramann nach Ghana einfliegen. Herzogs Regie wurde von Kinski heftig kritisiert. An manchen Tagen versuchte Kinski, selbst Regie zu führen. Ein Abbruch der Dreharbeiten konnte verhindert werden. Oft verkörperte Kinski in Filmen Schurken und Psychopathen. Auch außerhalb der Bühne bzw. Des Filmsets trat er in der Öffentlichkeit oft exzentrisch und aggressiv auf. Aufmerksamkeit erregte er etwa in der WDR-Talkshow je später der Abend im Jahr 1977, in der er auf viele Fragen des Moderators Reinhard Münchenhagen nicht einging, ihn aber immer wieder mit »Herr Münchhausen« anredete. Ebenso legendär war die Berliner Vorstellung seiner Polarisierenden »Jesus Christus Erlöser«, Bühneninszenierung, in der er Zwischenrufe aus dem Publikum wütend mit »Du dumme Sau« und »Scheißgesindel« beschimpfte. Kinski pflegte einen aufwendigen Lebensstil und übernahm nach eigener Aussage den größten Teil seiner Rollen aus Geldnot. So trat er in Produktionen des europäischen Horrorfilms und Sexfilms der 1970er und des internationalen B-Actionfilms der 1980er Jahre auf. In einem Interview mit der Zeitschrift Stern sagte Nikolaj Kinski, er habe niemals erlebt, dass sein Vater privat aggressiv oder ausfallend geworden sei. Mein Vater war privat der sanfteste Mensch, den man sich vorstellen konnte. Sexueller Missbrauch Kinskis Tochter Nastasia beschreibt ihren Vater hingegen als Tyrannen. In ihrem 2013 erschienenen Buch »Kindermund« beschreibt Pola Kinski, wie sie ihr Vater von ihrem Fünf. Bis 19. Lebensjahr sexuell missbrauchte. Nastasia Kinski gab als Reaktion auf die Missbrauchsschilderungen ihrer Schwester 2013 an, dass sie als Kind »fürchterliche Angst« vor den Annäherungsversuchen ihres Vaters hatte, der die Familie »immer terrorisiert« habe. Er habe sie zwar nicht geschlagen, aber niederträchtig beschimpft. Was ihr als vier- bis fünfjähriges Kind widerfahren sei, sei »mehr« gewesen als die »liebevolle Umarmung eines Vaters.« Kinski habe sie »immer viel zu sehr angefasst«, und sie »ganz eng an sich gedrückt«. Sie habe ihn nicht als Vater gesehen. Ich würde alles dafür tun, dass er auf Lebzeiten hinter Gitter kommt. Ich bin froh, dass er nicht mehr lebt. Klaus Kinski selbst hatte in seiner 1975 erschienenen Autobiografie »Ich bin so wild« nach deinem Erdbeermund-Inzesterlebnisse mit seiner Mutter, seiner Schwester und dem Missbrauch seiner Tochter Nastasia geschildert. Kinskis ältere Brüder bestritten damals, dass seine Ausführungen der Wahrheit entsprechen, sie warfen ihm Falschdarstellungen in Bezug auf seine Kindheit und Jugend vor. Im Sommer 1981 erzählte Kinski Werner Herzog laut dessen Tagebucheinträgen, dass er allein dafür, was er, mit seinen Töchtern Pola und Nastasia gemacht, habe, in den USA, 20 Jahre, bekäme. Herzog solle sich vorsehen, er schrecke, vor nichts zurück. Tod Kinski starb am 23. November 1991 im Alter von 65 Jahren in seinem Anwesen in Lagunitas an einem Herzproblem. Die Obduktion ergab, dass das Herz vernarbt war, was wahrscheinlich eine Folge mehrerer unbehandelter Herzinfarkte war. Preliminary Autopsy Results suggested that Mr. Kinski apparently died of natural causes the way to a heart problem, a spokeswoman for the Marine County Coronas Office said. Die vorläufigen Ergebnisse der Autopsie legen nahe, dass Herr Kinski offenbar eines natürlichen Todes infolge eines Herzproblems starb. Sprecherin des Büros des amtlichen Leichenbeschauers von Marine County Seinem Wunsch gemäß wurde sein Leichnam verbrannt und seine Asche bei San Francisco in den Pazifik gestreut. Auszeichnungen Kinski erhielt mit dem Filmband in Gold 1979 seinen einzigen deutschen Filmpreis für seine darstellerische Leistung in Nosferatu, Phantom der Nacht. Für dieselbe Rolle erhielt er auch einen Darstellerpreis beim Filmfestival von Cartagena. Am 5. Februar 1986 gab der damalige französische Kulturminister Jack Lang die Ernennung Kinskys zum Kommandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres bekannt. Dieser Orden ist eine der höchsten Ehrungen Frankreichs für einen ausländischen Künstler. Am 12. April 2011 wurde Kinski mit einem Stern auf dem Boulevard der Stars in Berlin geehrt. Kinski war Ehrenbürger der Stadt Danzig. Rezeption in der Musik Klaus is Dead, das Debütalbum der deutschen Band Swoons, ist Kinski gewidmet. Die amerikanische Band Kinski, die spanische Band Klaus und Kinski und die Duisburger Punkband die Kinskys benannten sich nach dem deutschen Schauspieler, ebenso wie die Formation Hello Kinski aus den USA. Die Ärzte verwendeten Zitate aus Kinski's, Villian, das bin ich, als Einleitung für ihren Song Liberté auf dem Album Die Bestie in Menschengestalt. Die amerikanische Band Elastic Nono widmete im Jahr 2006 ihrem Idol den Song I am Klaus Kinski. Der Frankfurter DJ und Musikproduzent Oliver Lieb veröffentlichte 2002 die Single Jesus ist da, die Samples aus Kinskys Jesus Christus Erlöser enthält. In dem Song Glaubenskrieg der deutschen Band Feindflug werden Samples von Jesus Christus Erlöser verwendet. Ich bin nicht der offizielle Kirchen-Jesus, ich bin nicht euer Superstar. Luke Heines verwertete 2009 das gleiche Zitat, ebenso das deutsche Rap-Duo Pimpulsiv in ihrem Song Minimal Klaus aus dem Album Hepatitis P. Rex Joswig verarbeitet die Rezitation in seinem Stück Kinski in Dab. Der Rapper Cole Savas platzierte auf seinem 2010 erschienenen Album John Bello Story 3 den Song Mach doch deinen Scheiß, in dem viele Samples und Zitate von Kinski eingebaut sind. Das Jesus Christus Erlöser-Sample wurde auch im Song Mohn auf weißen Laken der Band Samsas Traum verwendet, wie auch im Stück Hybrisma der Post-Rock-Band Dätschere. Die dunkelromantische Musikgruppe Advasus lässt das Stück, die letzte Glocke, mit einem Kinski-Zitat beginnen. In den Songs Mann aus Stein und bei den Sternen der Band Ice auf dem 2012 erschienenen Album Wetterkreuz werden Kinski-Zitate als Samples verwendet. Diese stammen aus seiner Lesung von Der Steinmann von August Strindberg. Zudem wurde Klaus Kinski in Liedern von Lou Reed und Udo Lindenberg erwähnt. Der Musiker Torch nutzte Samples aus Interviews und Filmen mit Klaus Kinski, zum Beispiel in dem Lied Kapitel 29. Die Metal-Band Heides Divinity benannte 2014 das Album Cobra werde nach dem Film mit Kinski und verwendete einige Zitate als Sprachsamples. Swiss und Ferris MC veröffentlichten 2019 als Phoenix aus der Klapse ein Lied namens Klaus Kinski. In der Hook wird folgendes mehrfach wiederholt. Ich ticke aus, ich flippe aus, ich haue drauf, Klaus Kinski. Bücher, Filme und Hörspiele über Kinski lange Zeit waren, abgesehen von vereinzelten Zeitungsartikeln, Kinskis Autobiografien die einzigen Quellen zu seinem Leben. In den beiden Verkaufsschlagern Ich bin so wild nach deinem Erdbeermund und Ich brauche Liebe stellte er sich mit einem Schuss dichterischer Freiheit vor allem als Libertin und Sexualprotz dar. 1992 erschien Paganini. In den 1980er Jahren veröffentlichte Philippe Setbon ein Buch, das sich vor allem mit Kinskis Filmen beschäftigte und auch biografische Details lieferte. 1995 drehte Dagmar Kunze für den SFB die Dokumentation Ich bin so wild nach deinem Erdbeermund und sprach dafür mit Kollegen Kinskis. 1998 erschien Kinski, Werk der Leidenschaft von Georg Wendt, das sich vorrangig den Filmen widmete und auch neue Informationen zur Person bot. 1999 verarbeitete Werner Herzog erstmals seine Erfahrungen mit Kinski zum Dokumentarfilm Mein Liebster Feind, unterhielt sich U. A. mit ehemaligen Mitwirkenden in dessen Filmen und besuchte Schauplätze gemeinsamer Filme. 2001 wurden zum 10. Todestags Kinskis zwei Ausstellungen organisiert, die mit Buchpublikationen verbunden waren. Für Arte und den WDR entstand der Dokumentarfilm Ich bin kein Schauspieler von Christoph Rüther, der auch Kollegen Kinskis zu Wort kommen ließ. 2003 erschien im Brandstädter Verlag der Bild- und Textband Ich bin so wie ich bin, herausgegeben von Peter Reichelt und Ina Brockmann, die auch eine an verschiedenen Orten gezeigte Kinski-Ausstellung organisierten. 2006 produzierte der WDR aus Tonbändern eines Interview-Vorgesprächs zwischen Klaus Kinski und Lorenz Schröter im Jahr 1991 das Radio-Feature, die Kinski-Bänder oder Gottes letztes Interview. Zum 80. Geburtstag Kinskis erschienen 2006 zwei Bücher über den Schauspieler, die neue Seiten ans Tageslicht brachten. Der Wiener Filmwissenschaftler und Kritiker Christian David stellte Kinski die Biografie vor, die erste große Biografie, die auf rund 450 Seiten detailliert, mit Interviews von Zeitzeugen, Kollegen und Freunden sowie unter Verwendung bisher unbekannter Dokumente und privater Briefe das Leben und Werk des Schauspielers darstellt. Kurz darauf veröffentlichte Kinskis Nachlassverwalter Peter Geier das Taschenbuch Klaus Kinski, das auf 160 Seiten Leben und Werk zusammenfasst und Aufsätze zum Schaffen des Künstlers sowie Interpretationen von Kinskis Filmen enthält. Im Jahr 2011 produzierten DLF und HR gemeinsam unter Regie von Michael Farin das Hörspiel Klaus Kinski. Um mich herum ist es dunkel, und in mir wächst das Licht. Der Autor Peter Geier verwendete für den Text ausschließlich Zitate von Klaus Kinski, es sprechen Blixer Bargeld, Ulrich Mattes und Nadeschda Brennecke.